Herzlichen Dank und einen wunderschönen Vormittag allen. Ich darf alle herzlich begrüßen, vor allem unsere Gastgeberin und unsere Referenten. Unsere Gastgeberin ist heute Frau Marlene Mortler, sie ist Agrar- und Ernährungspolitikerin der CSU im Europäischen Parlament, wo sie seit 2019 wirkt. Sie hat auch zahlreiche Funktionen im Landwirtschaftssektor und im politischen Bereich begleitet. Unter anderem war sie Agrar-, Ernährungs- und Umweltpolitische Sprecherin im Deutschen Bundestag. Nun ist sie im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und wird, wie gesagt, heute als Gastgeberin fungieren. Unsere Referenten sind aus mehreren Ländern. Ich darf herzlich begrüßen. Ich fange bei der Frau Alexandra Wolfram an. Frau Wolfram ist Beauftragte für Recht und Europa beim Deutschen Tourismusverband und kommt aus dem Deutschen Reiseverband, wo sie auch Europaagenten betreut hat. Weiters begrüße ich sehr herzlich den Hans Embacher. Hans Embacher leitet seit fast 30 Jahren den Bundesverband Urlaub am Bauernhof Österreich und ist Vizepräsident des Europäischen Verbandes für Landtourismus. Ebenso herzlich möchte ich begrüßen den Hans Kinzel, den Leiter der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund und Urlaub auf dem Bauernbund Südtirol-Rotter Hahn. Last but not least meine lieben Freundin Herbert Dorfmann. Herbert Dorfmann ist ein Agrarwissenschaftler, der über verschiedene Wege politischer und landwirtschaftlich bedeutsamer Art ins Europaparlament gelangt ist, wo er jetzt zum dritten Mal wiedergewählt wurde mit großem Erfolg und er ist ebenso Mitglied und mittlerweile Koordinator im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Herzlich willkommen Ihnen allen und auch allen, die uns zuschauen. Und jetzt, liebe Marlene Mordler, würde ich gerne das Wort Ihnen übergeben. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Schmidt. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass die angesprochenen Referenten und begrüßten Referenten alle zugesagt haben. Und wir dürfen heute, erst mal ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen selbstverständlich, wir dürfen mit Ihnen heute über die schönste Zeit im Jahr reden. Das heißt, wir wollen, dass die sogenannte schönste Zeit im Jahr wieder die schönste Zeit wird. Und wir reden heute über ein wichtiges Segment im Bereich Urlaub, im Bereich Tourismus, nicht über Strandurlaub, sondern über Landurlaub, über Urlaub auf dem Bauernhof, über Agritourismus. Wir oder uns ist das deshalb so wichtig, weil der einen Seite die Einnahmen weggebrochen sind und der anderen Seite, dazu zähle ich auch mich, die Erholung weggebrochen ist. Und alle, die in diesen Monaten seit dem Shutdown, seit dem Lockdown hautnah miterlebt haben, dass es nicht nur an die Gesundheit, sondern auch an Existenzen geht, haben sich in diesen Wochen und Monaten politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich eingebracht. Wie können wir möglichst schnell wieder einen Normalzustand erreichen? Ich freue mich, dass der Rote Hahn Südtirol dabei ist. Für mich ist das so ein Aha-Erlebnis in meiner Zeit. Im Deutschen Bundestag war ich ja in Südtirol unter anderem und da konnten wir viel lernen. Inzwischen gibt es auf den blauen Bockel, angelehnt an den roten Hahn in Bayern. Und was für Bayern gilt, hier haben wir 4.000 Betriebe mit 50.000 Betten und hochgerechnet 37 Millionen Euro Verluste bisher, weil Einnahmen in diesem Segment einfach weggebrochen sind. Deshalb ist es mir und uns heute wirklich ein Herzensanliegen, über ein Segment zu sprechen, das mit Stille, mit Natur, mit Ursprung, mit Kultur zu tun hat, über ein Segment zu sprechen, wo wir wieder den Ursprung neu entdecken und erleben können. Und was mir als Bäuerin auch wichtig ist, dass diese Art von Urlaub bietet, nämlich das Säen, das Wachsen, das Ernten, das Verarbeiten aus erster Hand zu erleben. Wir reden auf dem Bauernhof auch über Diversifizierung und wenn wir über Diversifizierung, also wichtige Einkommensstandbeine reden, dann müssen wir auch über unsere Frauen reden. Sie sind nämlich mehrheitlich dafür verantwortlich, dass sie für den Landwirtschaftsbetrieb ein Zusatzeinkommen generieren, ein eigenes Einkommen, dass sie sich damit unabhängig machen und gemacht haben, aber inzwischen durch die prekäre Lage eben auch ihre Existenz gefährdet ist. Wir wissen, dass es vorsichtige politische Zeichen gibt, dass alles wieder möglichst schnell normal werden soll. Wir wissen aber auch, dass der Verbraucher, der Konsument noch relativ zurückhaltend ist, auch was das Thema Gastronomie und Hotellerie im Allgemeinen betrifft. Aber gerade seit Ostern und jetzt über Pfingsten und Sommerferien eingeschlossen, wissen wir außerdem, dass 70 bis 80 Prozent des Jahresumsatzes in dieser Zeit gemacht werden, weil gerade Bauernhof, Urlaub, Agritourismus ein absolutes Saisongeschäft ist. Man kann nichts aufholen, dann esse ich halt dreimal, das nächste Mal funktioniert nicht und dann mache ich halt mehr Urlaub. Beruflich gesehen funktioniert das ebenfalls nicht. Also ist die Frage heute, wie und was können wir tun? Was hat die Branche selber gedacht, gemacht an Vorschlägen? Also eine Checkliste für betriebliche Maßnahmen und so weiter entwickelt im Hintergrund, stillschweigend, aber sehr effizient, um ja möglichst dieses wichtige Segment wieder in Schwung zu bringen. Ich schließe ab. Ich freue mich auf alle, die ihren Beitrag nun leisten werden. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei allen, die zugeschaltet sind und gebe das Wort wieder an Sie zurück, liebe Frau Schmidt. Herzlichen Dank, Frau Mortler, für die Einleitung. Als Information, wir haben das Programm ein wenig umgedreht, da der Herbert Dorfmann um elf uns leider verlassen muss. So starten wir jetzt mit dem Hans Kinzel. Der Hans Kinzel hat in einem Interview gesagt oder erzählt, dass es ja den Urlaub auf dem Bauernhof in Südtirol schon seit 1850 gibt und seiner Meinung auch 2040 immer noch geben wird. Und dazu sollte man echt und authentisch bleiben und auf bäuerliche Produkte setzen. Ist dies in Zeiten wie diesen, Herr Kinzel, immer noch Ihre Ansicht? Bitteschön. Ja, ich möchte auch alle recht herzlich begrüßen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Besonders begrüßen möchte ich auch Herbert Dorfmann, der mich vor 20 Jahren hier in diese Abteilung gehievt hat und dem ich eigentlich diese Karriere hier auch zu verdanken habe. Urlaub auf Bauernhof gibt es schon sehr lange und ich denke, die Corona-Krise wird dem sicherlich keinen Abbruch leisten. Ich denke, wir haben viele Argumente, die für die Fortführung dieses Angebotes sprechen. Und wir haben jetzt eine schwierige Zeit und haben alles auf Krisenmanagement in den letzten drei Monaten umgebohlt. Und ich denke, dass wir jetzt auch wieder recht gut aufgestellt sind. Und ja, dass es uns auch nicht viel schlechter geht wie anderen Beherbergungsbetrieben, würde ich mal sagen. Ich darf jetzt mit der Präsentation beginnen, oder? Ich habe kurz mal versucht, ein paar Folien zusammenzustellen, wie die Situation derzeit bei uns ausschaut. So, ja, das ist der Rote Hahn. Dann, uns zur Marke, wo dahin gehören die vier Produktgruppen, Urlaub auf Bauernhof, bäuerliche Schankbetriebe, die Qualitätsprodukte und das bäuerliche Handwerk. Bei Urlaub auf Bauernhof ist sicherlich die größte Säule, wo wir 1658 Mitglieder haben und die kleinste Säule ist das bäuerliche Handwerk. Von der Corona-Krise, würde ich mal sagen, sind alle vier Säulen sehr, sehr stark betroffen. Auch die Schankbetriebe dürfen, durften nicht öffnen. Die Qualitätsprodukte sind ganz, ganz stark abhängig vom Tourismus und haben dahingehend auch keine Einnahmen, die Produzenten von den Qualitätsprodukten. Die Entwicklung von Urlaub auf Bauernhof in den letzten 20 Jahren schaut wie folgt aus. Die Anzahl der Betten ging von 15.000 auf 25.000 hoch, die Ankünfte von 108.000 auf 483.000 und die Vernächtigungen von 797.000 auf 2,9 Millionen. Urlaub auf Bauernhof in Südtirol heißt immer maximal fünf Ferienwohnungen oder acht Zimmer. Also kein Bauer darf mehr wie fünf Wohnungen haben oder acht Zimmer. Das ist die Höchstgrenze. Im Durchschnitt haben die Betriebe bei uns drei Wohnungen oder sechs Zimmer. Also sehr klein strukturiert. Das Einkommen aus Urlaub auf dem Bauernhof ist bei uns sehr hoch. Also wir haben Einnahmen ungefähr von 115 Millionen Euro. Das sind 50 Prozent der Einnahmen von der Milchproduktion in Südtirol oder es ist dieselbe Höhe wie die Einnahmen aus der Weinwirtschaft. Oder anders gerechnet, das sind 27, 28 Prozent der Einnahmen aus dem Apfelanbau. Wie waren jetzt die Kennzahlen in Zeiten von Corona? Also wir hatten voriges Jahr von März bis Mai 85.000 Ankünfte, 432.000 Nächtegungen. Das macht einen Jahresumsatz von 15 Prozent aus. Wir hatten sozusagen 17 Millionen Euro Einnahmen in dieser Zeit. Heuer vom 10. März bis 25. Mai waren die Betriebe geschlossen. Also keine Ankünfte, keine Nächtegungen, kein Umsatz. Also die 17 Millionen, die fehlen auf jeden Fall jetzt schon zur Gänze. Und wie es jetzt ausschaut bis Dezember, kann ich nicht sagen. Und wie es das nächste Jahr ausschaut, ist auch schwierig vorherzusagen. Es wird sicherlich Einbußen geben, aber wir strengen uns sehr an, dass die sich in Grenzen halten. Die Herausforderungen in diesen drei Monaten würde ich mal auf diese sechs Punkte zusammenfassen. Ein wichtiger Punkt war, dass man die Olof- und Bauernhof-Betriebe über die aktuelle Entwicklung informiert. Das war eine große Herausforderung und da haben wir auch gut hinbekommen. Der zweite Punkt war die akuten Liquiditätsengpässe. Die mussten unbedingt behoben werden. Der dritte Punkt, wie soll der Olof- und Bauernhof-Betrieb mit den Gästen kommunizieren? Soll man kommunizieren? Wenn ja, wie soll man kommunizieren? Dann ein wichtiger Punkt war auch die Erarbeitung finanzieller Hilfen für die Olof- und Bauernhof-Betriebe. Dann in den letzten zwei, drei Wochen gab es dann die ganzen Vorbereitungen zum Neustart der Olof- und Bauernhof-Betriebe und auch die Ausarbeitung gezielter Roterhahn-Marketing-Maßnahmen. Das sind wir jetzt mitten in der Umsetzung. Zum ersten Punkt, Olof- und Bauernhof-Betriebe über die aktuelle Entwicklung informieren. Also wir haben insgesamt 23 Mitteilungen an die Olof- und Bauernhof-Betriebe herausgeschickt. Es ging vor allem um die Zusammenfassung von den staatlichen Vorordnungen und von den Dringlichkeitsmaßnahmen des Landeshauptmannes von Südtirol. Da ist sozusagen jede Woche ein bis maximal vier Mitteilungen an die Olof- und Bauernhof-Betriebe herausgegangen. Ich hatte hier eine Mannschaft. Ich war eigentlich immer im Büro. Es gab kein Homeoffice und nichts, sondern mir war wichtig, dass ich hier bin und dass ich sozusagen diese Krise versuche, ganz konzentriert, heranzugehen und wir haben auch eine Stammmannschaft hier gehabt und hatten sehr, sehr viel zu tun. Also es gab telefonische Beratungen, haben vier Personen durchgeführt, den E-Mail-Verkehr wurde von drei Personen gestemmt. Dann die Liquiditätsengpässe beheben. Also es wurde in Südtirol ein Arbeitstisch von den Südtiroler Banken einberufen und es wurde dann, es gab dann zwei Angebote. Die Stundung der Kredite bis zu zwölf Monate und die Verlängerung der Laufzeit der Kredite bis zu 24 Monate. Diese Angebote haben die Olof- und Bauernhof-Betriebe natürlich sehr, sehr stark angenommen und das war extrem wichtig für die Betriebe. Das Land Südtirol hat auch einen Überbrückungskredit bis 35.000 Euro angeboten, durch den Garantiefonds abgesichert. Und der Staat Italien hat auch einen zinslosen Kredit bis 30.000 Euro angeboten. Mit einem Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro, das ungefähr 150 Olof- und Bauernhof-Betriebe in Südtirol angefragt haben. Wie soll der Olof- und Bauernhof-Betrieb mit den Gästen kommunizieren? Dazu haben wir drei Mitteilungen an die Olof- und Bauernhof-Betriebe verfasst. Einmal Ausarbeitung von einem Mustertext für Gäste bei Stornierungen. Also Gäste, die storniert haben, wie kommuniziert man mit diesen Gästen. Dann auch ein Mustertext für Gäste, die kommen möchten. Und vor zwei, drei Wochen wurden auch die Mustertexte erfasst für die Gäste, die jetzt kommen, dass sie einfach Bescheid wissen, wie die Hygienevorschriften am Hof sind und wie die Sicherheit des Gastes garantiert wird. Gleichzeitig haben wir auch eine Newsletter an die Gäste geschickt oder an potenziell interessierte Olof- und Bauernhof-Gäste in Südtirol. Dazu haben wir eine Oster-Newsletter verfasst, dann eine Newsletter zur Vorbereitung für den Neustart und eine zum Thema Sicherheit am Hof. Dann gab es auch eine Anzahl von finanziellen Hilfen, die ausgearbeitet wurden, auch für die Olof- und Bauernhof-Betriebe. Der Südtiroler Bauernbund hat den Mitgliedsbeitrag nicht für die Marke Roter Hand, sondern generell den Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft beim Südtiroler Bauernbund. Der wurde für die Olof- und Bauernhof-Betriebe und die Direktvermarktungsbetriebe halbiert. Und es wurde vom Südtiroler Bauernbund ein Beitrag, ein Betrag von 500.000 Euro zusätzlich fürs Marketing in den nächsten drei Jahren bereitgestellt. Dann gibt es eine eigene Landesförderung, einen Verlustbeitrag von 5.000 Euro pro Betrieb, für der es dann an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Und es gab auch nicht nur für die Olof- und Bauernhof-Betriebe, sondern für viele eben eine Stundung verschiedener Steuern, Kredite und Gebühren. Es gibt auch staatliche Förderungen, einen Inhaltbeitrag von 600 Euro für Bauernversicherte, also für Leute, die hauptberuflich Bauern sind. Und es gab jetzt auch einen Steuerbonus für Urlaube, wo man noch nicht genau weiß, wie das umgesetzt werden kann. Dann Vorbereitung für Neustart. Da haben wir zwei Mitteilungen an die Olof- und Bauernhof-Betriebe herausgeschickt. Einmal Hygienerichtlinien für Olof und Bauernhof in Südtirol und dann Ausarbeitung von Mustertexten für die Hofmappen, wo auch die Hygienevorschriften am Hof drinnen sind und wo auch kommuniziert wird, wie die Sicherheit des Gastes garantiert wird. Und jetzt ist die große Herausforderung auch die Ausarbeitung gezielter Marketingmaßnahmen. Also wir haben beschlossen, dass wir kostenlose Betriebsberatung für heuer und nächstes Jahr anbieten und dass wir vor allem Internet-Kooperationen, Social-Media-Kampagne und in die Intensivierung der Pressearbeit investieren werden. So viel mal in Kürze. Das, was wir versucht haben hier aufzubauen. Und jetzt würde ich wieder... Mache ich hier stoppen, oder? Ja, genau. Also wir, ich denke, wir haben vieles in den letzten Monaten gemacht und es gab keine 8-Stunden-Tage, sondern manchmal waren wir 10, 14 Stunden hier im Büro und wir haben einfach versucht, die Leute so gut wie möglich, die Olof und Bauernhof-Betriebe so gut wie möglich zu unterstützen. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Unterstützung auch sehr gut ankommt. Und angenommen wird, als ein Beispiel ist auch, wir haben, wir machen ja jedes Jahr im März, April, machen wir die Aussendung, ob sie weiterhin Mitglied bei der Marke Roterhand sein wollen oder nicht. Und ich hatte noch nie so wenige Betriebe, die aus der Marke ausgestiegen sind wie heuer. Es waren ausschließlich diese 20 Betriebe, die die Tätigkeit einstellen, weil sie sozusagen zu alt sind und den Betrieb nicht mehr so fortführen möchten. Aber von unserer Marketingaktivität und von unserer, also sie fühlten sich, glaube ich, schon sehr gut aufgehoben. Das ist eine Bestätigung, die mich, ja, glücklich geschätzt hat. Röchten Sie, als ich hatte jetzt mal die erste Präsentation so abgeschlossen, sollte ich noch auf bestimmte Dinge eingehen oder machen wir das in der Diskussion? Ich würde vorschlagen, das machen wir in der Diskussion. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Unsere Ministerin und ehemalige Kollegin hat in einem Interview gesagt, der Gast soll sich bei uns wohlfühlen und der Gast soll sich bei uns sicher fühlen. Und die große Challenge für uns ist es, den Abstand und die Herzlichkeit zusammenzubringen. Herbert, the floor is yours. Ja, danke, danke, Claudia. Und schön, dich wiederzusehen. Wir waren ja eine Zeit lang Kollegen hier in Brüssel. So wie ich insgesamt das Gefühl habe, das ist eine Runde unter Freuden. Hans Kintzler hat ja schon gesagt, wir haben vor 20 Jahren, Hans, ein bisschen mehr den roten Haaren gemeinsam erfunden. Und der Hans kümmert sich seitdem sehr darum. Und andere, Hans M. Bacher war eigentlich immer auf der Südtiroler Seite. Bei uns, die waren ja, Österreich war ja doch einiges voraus vor 20 Jahren, wenn es um den Urlauber Bauernhof geht. Und freut sich auch, dass die Marlene da ist. Sie wird ja einen Bericht hier im Haus auch machen zu nachhaltigem Tourismus. Sie ist dafür Berichterstatterin. Und deswegen glaube ich, das ist eine sehr, sehr interessante Runde. Ja, nur ein paar Überlegungen von meiner Seite. Ich muss dann leider um elf in den Ausschuss sitzen, wenn ich dort abstimmen muss. Ich glaube, insgesamt, vor allem der Südtiroler Urlauber Bauernhof, aber auch der österreichische, vielleicht der deutsche ein bisschen weniger. Aber insgesamt lebt der Urlauber Bauernhof logischerweise auch von der Reisefreiheit in Europa. Also von der Möglichkeit, dass sich Menschen innerhalb der Europäischen Union frei bewegen können. Vor allem wir in Südtiroler haben ja sehr viele deutschsprachige, also deutsche, österreichische und Schweizer Gäste. Und sind ganz maßgeblich davon abhängig, dass es wieder möglich wird, in Europa frei herumzufahren. Jetzt glaube ich, ist das ein wirklich europäisches Thema. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt in manchen Debatten der letzten Wochen, als wäre die Reisefreiheit in Europa so irgendwas wie ein Optional. Aber ganz so ist es ja nicht. Die Reisefreiheit ist ein Recht der Bürger der Europäischen Union. Es ist unser Recht, frei herumzufahren und nicht auf geschlossene Grenzen zu stoßen. Und wenn man Grenzen schließt, dann muss das verhältnismäßig sein und dann muss das begründet sein. Und es ist ohne Zweifel, dass wir mit Covid in eine Situation geraten sind, wo diese Verhältnismäßigkeit auch gegeben war. Das heißt, dieses Virus, das leider halt mit Menschen sich bewegt, wurde auch durch Reisen innerhalb weniger Wochen in die ganze Welt herumgezerrt. Und insofern war es wahrscheinlich richtig, den Menschen das Reisen einmal einzuschränken. Aber wir müssen jetzt die zwei Dinge wieder kombinieren. So wie du, Claudi, gesagt hast, wir müssen den Abstand mit der Herzlichkeit ein bisschen kombinieren. Das heißt, wir müssen, wenn man das anders sagen will, das Reisen wieder möglich machen, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass selbstverständlich dieses Virus noch unter uns ist und dass wir nicht so tun dürfen, als wäre es nicht hier. Aber ich denke, dass sich das Virus nicht von einer Staatsgrenze aufhalten lässt. Ich denke, dass es nicht gefährlicher ist für mich, wenn ich hier in Südtirol wohne, nach Innsbruck zu fahren, als nach Mailand zum Beispiel. Ich glaube sogar, dass es gefährlicher ist, nach Mailand zu fahren, als nach Innsbruck. Also das hat das mit Staatsgrenzen zu tun. Ich denke, und da ist der Vorschlag, glaube ich, den die Europäische Kommission gemacht hat, vor zwei Wochen zu sagen, wir müssen das in Räumen sehen, nicht unbedingt in Staaten, sondern in Räumen sehen. Ich finde das den richtigen Ansatz. Ich glaube, wir müssen jetzt uns Räume in Europa anschauen, wo die Infektionssituation es zulässt, dass Grenzen wieder geöffnet werden. Und wir müssen aber gleichzeitig uns schon bewusst sein, dass es nach wie vor auch leider auch Räume gibt, wo es nach wie vor nicht ganz so einfach ist und wo es wahrscheinlich auch nicht vernünftig ist, wenn die Menschen dort wegfahren oder Menschen dort hinfahren. Und das ist besonders auch eine Challenge bei uns in Italien, wo wir halt leider noch solche Gebiete auch haben. Aber man kann dafür nicht den ganzen Staat und alle Regionen im Staat in die Pflicht nehmen. Wir haben inzwischen zum Glück in Südtirol Infektionsdaten, die durchaus vergleichbar zum Teil auch besser sind, als in vielen anderen Gebieten in Europa. Das vorausgeschickt, denke ich, wenn es um Urlaub geht, jetzt insgesamt im Sommer, die Menschen werden Lust haben zu fahren. Die Menschen sind jetzt eine Zeit lang, ein bisschen, wenn man es salopp sagen will, eingesperrt worden. Und sie haben Lust, sich wieder zu bewegen. Und Urlaub ist ja nicht eine Pflicht. Urlaub ist eine, zu Urlaub braucht es Lust, dass Menschen müssen fahren wollen. Ich glaube, sie wollen jetzt auch wieder sich bewegen. Aber es ist klar, dass der Gesamtmarkt kleiner wird in diesem Sommer. Viele Menschen werden schlichtweg nicht in Urlaub fahren, aus verschiedensten Gründen, weil wir, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben das Bruttosozialprodukt der Europäischen Union, wird einbrechen um bis zu 10 Prozent. Es gibt schlichtweg Menschen, auch wenn es brutal klingt, aber Menschen, die sich Urlaub in diesem Jahr schlichtweg nicht leisten können. Es gibt Menschen, die im Neustart besonders gefordert sind, die also keinen Urlaub, keine freien Tage haben. Es gibt Menschen, die ihren Urlaub in dieser Zeit aufgebraucht haben, aufgrund besonderer Regelungen, wenn es in dieser Zeit, wo Menschen nicht arbeiten können. Also insgesamt, der Markt wird kleiner werden. Es ist aber auch so, dass viele Formen des Urlaubs, die wir gewohnt waren, schlichtweg nicht möglich sein werden. Das Kreuzfahrtschiff, das durch die Ader erschippert, mit 5.000 Leuten drauf und diese 5.000 Leute ergießen sich über dem Robnikum am Ende des Tages, dann wieder aufs Kreuzfahrtschiff zu gehen und sie am nächsten Tag über Venedig zu ergießen und dann am Tag drauf über Triest. Das wird sich schlichtweg nicht spielen. Das wird nicht möglich sein. Ich glaube auch, dass manche Formen des Club- und Strandtourismus schlichtweg in dieser Form nicht möglich sein werden. Der Ballermann wird sich halt schwer spielen in diesem Jahr. Erstens werden die Menschen nicht mittun wollen und zweitens sind logisch alle Regelungen in Sachen Abstand und Sicherheitsregeln dort schlichtweg nicht möglich. Und ich glaube, wenn man das sieht, dann muss man schon sagen, Urlaub und Bauernhof hat eine Chance. Und ich fange bei den Chancen an und komme dann auf die Gefahren oder die Herausforderung, würde ich hier sagen. Aber die hat der Hans Kirchner eigentlich schon genannt. Ich glaube, die Chance ist, dass Urlaub am Bauernhof klein ist, übersichtlich. Dass Menschen mit diesem klein und übersichtlich auch den Gedanken der Sicherheit verbinden. Dass viele Menschen in diesem Sommer wahrscheinlich keine Lust haben, in Strukturen zu gehen, wo sich sehr viele Menschen aufhalten. Wo es notgedrungen zu sehr vielen Begegnungen kommt, sondern dass Menschen eher tendenziell eher dorthin gehen wollen, wo die Dinge übersichtlich sind. Wo die Dinge klein sind, wo man nicht so vielen Menschen begegnet und wo sich dennoch frei bewegen können. Also dass diese Idee des Freien, des großen Raumes seines Bauernhofes und der wenigen Wohnungen, die dort sind, dass das vielleicht durchaus auch ein Angebot ist, das in diesem Sommer ganz besonders attraktiv sein wird. Und das, glaube ich, ist die große Chance, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten haben. Die große Herausforderung ist, den Menschen ein sicheres Gefühl der Sicherheit, entschuldige, das doppelte Wortspiel. Ich glaube, nur weil es ein Bauernhof ist, ist er noch lange nicht sicher. Ich glaube schon, und das hat der Hans Kierzel gerade gesagt, dass der Urlaub am Bauernhof jetzt gefordert ist, nicht nur zu sagen, wir sind klein und wir sind sicher, sondern effektiv auch etwas dafür zu tun. Das heißt, durch ganz klare Sicherheitsprotokolle, die dann auch kommuniziert werden und die den Gästen auch gesagt werden, um den Gästen darzustellen, dass eben dieser Raum sicher gestaltet wird. Dass es also sanitäre Maßnahmen gibt, dass es ein ganz klares Protokoll gibt, wo die Gäste auch das Gefühl haben, hier wird alles getan, damit ich in Sicherheit dort wohnen kann, dass ich keine Angst haben muss, dass meine Kinder, die sich dort bewegen, keine Angst haben müssen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, die sich der Urlaub am Bauernhof jetzt stellen muss. Und ich würde auch raten, es sehr in die Kommunikation einzubauen. Ich glaube, der Urlaub am Bauernhof kann das glaubhaft von sich behaupten, muss dafür etwas tun. Das muss man mit den Betreibern, das muss man den Betreibern dann auch mit auf den Weg gehen. Das heißt, ich glaube hier, da ist der Hans Kierzel und der Hans Sembacher, soweit ich kenne, die Strenge fehlt ihnen nicht. Also man muss da, glaube ich, auch da mit den Betreibern dann durchaus hart ins Gericht gehen und sagen, diese Voraussetzungen sind einfach zu schaffen und man kann jetzt nicht lesser fair spielen. Und ich glaube, wenn man das miteinander kombiniert, dann habe ich das Gefühl, hat der Urlaub am Bauernhof durchaus die Chance, einen ordentlichen Neustart hinzulegen und eine Zufriedenstelle in den nächsten Monaten in einem schwierigen Umfeld zu gestalten. Es ist ja kein Zweifel, dass der Tourismus wahrscheinlich mit zu einem schwierigsten Umfeld dann überhaupt gehört, wenn es um den Neustart nach Covid geht. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herbert Dorfmann. Du hast es ja schon gesagt, die Reisefreiheit ist ein ganz wichtiges Gut. Da sollten wir wieder hinkommen, dass es da keine Einschränkungen gibt. Aber im Moment müssen wir mit diesen Einschränkungen leben. Viele Länder setzen jetzt im Tourismus auf die Urlauber aus dem eigenen Land. Wir, ich bin eine Österreicherin, also wir Österreicher setzen auch auf deutsche Touristen. Ich übergebe jetzt das Wort der Frau Wolfram. Frau Wolfram, wird es so sein, dass Österreich, Südtirol auch auf deutsche Touristen setzen kann, beziehungsweise sie auf Touristen aus unseren Ländern? Moment. Genau. Vielen Dank, Frau Schmidt, auch für diese Frage. Ich habe natürlich nicht den Blick in die Glaskugel gewagt, sondern vernehme Signale aus unserer Bundesregierung. Das geht ja darum, dass die derzeit noch geltende weltweite Reisewarnung, die eben auch für alle Länder in Europa gilt, aufgehoben werden soll. Da ist die Rede von Mitte Juni, das ist jetzt nochmal, die Entscheidung darüber im Bundeskabinett ist vertagt worden. Natürlich hoffen wir nach wie vor, dass es im Sommer möglich sein wird zu reisen, zumindest innerhalb Europas. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig, was der Abgeordnete Herr Dorfmann gesagt hat, die Reisefreiheit ist ein hohes Gut. Es sind Eingriffe in unsere Grundrechte, die jetzt auf vielfältiger Ebene und auf vielfältige Weise stattfinden, die auch wichtig sind, um die Pandemie zu begrenzen. Aber wenn es jetzt an die Lockerungen geht, dann sind die Lockerungen eben auch ausgewogen und verhältnismäßig vorzunehmen. Und da ist völlig wichtig, dass die nicht unbedingt zwischen den Landesgrenzen die Unterschiede so bestehen und die Risiken, sondern möglicherweise eben regional oder also örtlich begrenzte Risiken bestehen. Wir hoffen natürlich auch, also in Deutschland haben wir die Vorbereitung insofern getroffen, dass Gäste zu uns kommen können, dass die Quarantäne-Regelungen, die für Einreisen nach Deutschland bis vor kurzem galten, jetzt aufgehoben wurden. Und zwar, soweit ich das überblicken kann, in allen Bundesländern. Sie wissen, wir sind föderal strukturiert. Jedes Bundesland entscheidet selbst über die Regeln. Es gibt natürlich eine Koordination. Wir wünschen uns allerdings auch, dass die in manchen Punkten noch besser verlaufen könnte, würde. Aber immerhin in diesem Punkt haben sich auch aufgrund einer Gerichtsentscheidung, vermutlich war das der Auslöser, die Bundesländer dazu entschlossen, diese anlasslose Quarantäne-Regelung für Einreisen nach Deutschland aufzuheben, sodass nur noch im Verdachtsfall eine Quarantäne angeordnet wird. Damit ist natürlich die Möglichkeit für Einreisen nach Deutschland erhöht. Und wir wünschen uns Gäste aus unseren Nachbarländern. Und ich denke, da kann ich auch für die Bauernhöfe sprechen. Sie wünschen sich das natürlich auch. Zur Lage im Deutschlandtourismus und zum Landtourismus generell. Die Krise hat natürlich auch dort zugeschlagen, wie überall. Wir haben fast 10.000 Ferienhöfe in Deutschland. 140.000 Betten standen leer zwischen März und Mitte Mai. Mitte Mai ging es ja dann schrittweise mit den Lockerungen wieder los. Davon konnten zunächst auch die Gasthöfe und Ferienwohnungen profitieren. Das letzte Bundesland Bayern, glaube ich, wird jetzt zum Pfingstwochenende die Lockerungen zulassen. Aber trotzdem, und das ist natürlich der Lichtblick, es geht jetzt wieder los. Und die Buchungslage ist auch gut, wie ich gehört habe. Aber trotzdem hatten wir 200 Millionen Euro Umsatzausfall wegen Stornierungen in diesen zweieinhalb Monaten. Das sind ungefähr 20.000 Euro Verlust pro Betrieb. 20 Prozent der Ferienbetriebe mussten ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder sie entlassen. Das sind natürlich starke Auswirkungen. Dazu kommt noch die Unsicherheit aufgrund der aktuellen Rechtslage, was eben die Stornierungen betrifft. Da haben wir als Deutscher Tourismusverband versucht, so gut wie möglich und so aktuell wie möglich Hilfestellungen zu geben. Die Nachfragen waren riesengroß, wie man jetzt verfahren muss. Wir haben deshalb auch auf unserer Homepage da Hilfestellungen veröffentlicht und beantworten. Also am Anfang der Krise waren wir sozusagen ein Callcenter hier und haben die zahlreichen Anfragen beantwortet und damit hoffentlich auch ein wenig Orientierung geben können, wie man in dieser Situation miteinander umgeht. Immer mit dem Hinweis, dass es natürlich einerseits die Rechtslage gibt, auf der anderen Seite natürlich allen Seiten daran gelegen sein sollte, sich gütlich zu einigen. Das gilt auch weiterhin. Denn auch wenn es jetzt Lockerungen gibt, gibt es nach wie vor Einschränkungen. Es gibt regionale Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Und es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass es in einigen Punkten wieder zu Beschränkungen kommen kann, wenn die Infektionsraten wieder ansteigen, was wir alle natürlich nicht hoffen. Aber insofern ist es auch nach wie vor wichtig, dass beide Seiten Verständnis füreinander haben. Aber wie Frau Mordler natürlich richtig sagte, Urlaub kann man nur bedingt verschieben und auch nur bedingt nachholen. Die Leute möchten in der schönen Zeit reisen und sich erholen und haben das jetzt auch bitter nötig. Was die Regeln angeht, das hatte ich ja schon angesprochen, es gibt Unterschiede auch innerhalb Deutschlands. Die gibt es natürlich oder vermutlich dann jetzt auch in Europa. Wir wünschen uns ganz besonders stark natürlich, dass es einheitliche Regeln gibt. Das ist wahrscheinlich ein, naja, also ein sehr optimistischer Wunsch. Aber es wäre schön, wenn sich vielleicht doch da auch die Mitgliedstaaten untereinander irgendwie einigen könnten. Die Europäische Union, die Kommission hat ja schon Hilfestellungen gegeben und das wäre, das ist auch sehr hilfreich. Da muss man sich natürlich auch fragen, wenn das dann umgesetzt wird von den Mitgliedstaaten, ob es da nochmal Verwerfungen und Unterschiede gibt. Wir hoffen das nicht. Aber auch innerhalb dieser Empfehlungen kann man sich natürlich fragen, besteht da eigentlich Verhältnismäßigkeit? Denn Sie haben es schon angesprochen, Ferienwohnungen und Ferienhöfe zählen zu einer sehr sicheren Urlaubsform. Das sehen die Gäste auch so, denn wie es bei uns zumindest aussieht, ist die Buchungslage derzeit sehr gut. Das heißt, da gibt es eigentlich die besten Voraussetzungen für den Weg aus der Krise. Aber natürlich ist es schon so, wenn es Regelungen gibt, die sehr streng sind für das Gastgewerbe, auch was Hygieneregeln betrifft, was richtig ist, also man muss das machen. Aber dann kann man sich auf der anderen Seite fragen, warum können Flugzeuge voll besetzt fliegen, wenn die Buchungslage dem entspricht und ohne vernünftige Schutzmasken, nur mit allgemeinen Haushaltsmasken. Also ich denke, da gibt es durchaus, also ich meine, das ist natürlich klar, die Flugreisen sind auch ein wichtiger Bereich. Trotzdem innerhalb der verschiedenen Verkehrsträger und touristischen Angebote sollte man auch auf eine Ausgewogenheit der Regelungen achten und nicht in einem Bereich, wo in der Ferienwohnung treffen sich wenige Leute, machen zusammen Urlaub. Das ist sehr überschaubar. In einem großen Verkehrsträger ist es eigentlich nicht überschaubar, mit wem man da so zusammen ist und wer möglicherweise infiziert ist. Also da wäre aus meiner Sicht noch ein bisschen Nachjustierungsbedarf, was nicht heißt, dass man, also was vielleicht einfach heißt, dass man die Regelungen zwar einheitlich macht, aber nicht zu streng, denn es gibt eben auch überall Hygienekonzepte, die schon erarbeitet wurden. Das gilt insbesondere, also bei uns in Deutschland war die Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof einer der ersten Verbände, die ein Hygienekonzept vorgelegt haben. Und wir haben im Deutschen Tourismusverband natürlich auch eins für die Gastgeber insgesamt erarbeitet und geben da auch Informationen auf unserer Homepage zu den verschiedenen Hygienekonzepten. Aber rein rechtlich ist es natürlich so, man sollte sich das auch schon behördlich irgendwie absichern lassen, damit man eben der Verkehrssicherungspflicht, das ist jetzt ein Rechtsbegriff, aber die hat man dann eben, um auch eine mögliche Inanspruchnahme an der Haftung auszuschließen, wenn Gäste dann möglicherweise sagen, sie haben sich in der Ferienwohnung infiziert, kann man ja nicht ausschließen. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also das Fazit ist, es wird viel getan und ich kann meinen Vorredner nur anschließen, wir können viel dazu beitragen, dass die Gäste sich bei uns sicher fühlen und dann ist es eben auch, denke ich, gerade für Ferien auf dem Bauernhof ein echter, ja, kann ein Vorteil sein, dass die Leute erstmal eher regional reisen wollen, nicht so weit weg fahren, vielleicht mit dem eigenen Auto anreisen und vielleicht auch damit der Nachhaltigkeit, nachhaltigen Tourismusmodellen den Vorzug geben. Das entspricht ja auch dem Wunsch der Europäischen Union insgesamt, dass man stärker den Tourismus auch auf Nachhaltigkeit ausrichtet oder insgesamt die Politik der Europäischen Union. Das sind natürlich auch Dinge, wo wir uns Unterstützung wünschen für die touristischen Betriebe. Also wir haben als Deutscher Tourismusverband sowohl von der Bundesregierung, aber auch auf europäischer Ebene Rettungs- oder erstmal Hilfen für besonders betroffene Betriebe gefordert. Wir haben ja die Situation, dass im Bereich des Gastgewerbes, dass eben nicht immer der Haupterwerb ist, sondern eben manchmal auch der Nebenerwerb und auch da gibt es nicht immer Zugriff auf Finanzhilfen. Wir wünschen uns, dass das insbesondere für Betriebe, die wirklich stark getroffen sind, auch möglich ist. Wir wünschen uns insgesamt für den Tourismus einen Rettungsfonds auf europäischer Ebene. Die Europäische Kommission hat ja jetzt den Wiederaufbaufonds gestern vorgestellt und auch die Pläne für den mehrjährigen Finanzrahmen. Ja, da sind gewaltige Summen im Spiel. Das wird auch sicher, das Geld wird sicher bitter benötigt. Die Frage ist natürlich, so genau konnte ich es mir jetzt noch nicht angucken, aber es wurde ja eigentlich vom EU-Minister, vom Europäischen Rat beschlossen, dass besonders betroffene Sektoren eben auch besonders geholfen werden soll. Und das sehe ich im Moment in den Plänen noch nicht, ob der Tourismus da ausdrücklich erwähnt ist. Wäre schön, wenn das irgendwie ginge. Und es wäre auch schön, wenn im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens, dessen Verhandlungen ja jetzt anstehen, vielleicht auch die Instrumente für die Tourismusförderung insgesamt gebündelt werden könnten. Denn wir stehen jetzt vor der Situation, dass natürlich überall gespart werden muss. Und in Deutschland ist es eben so, das ist föderal strukturiert. Der Tourismus ist eine freiwillige Aufgabe. Wir haben die Tourismusvereine, die brauchen Finanzierungen. Wir haben die ganzen Akteure, die brauchen Finanzierungen. Und sie bekommen sie auch, aber aus eben ganz unterschiedlichen Töpfen. Und eine Klarstellung auch vielleicht in den europäischen Fonds wäre ja ganz schön, wenn man da mal einen Topf hätte, der wirklich explizit für den Tourismus ist. Also das wäre vielleicht noch ein Wunsch. So, und damit komme ich erst mal zum Schluss. Und alles Weitere vielleicht dann im Nachgang in der Diskussion. Vielen lieben Dank. Also das, was ich so gehört habe, ist, wir bieten nicht nur Service für den Gast, sondern auch Service für die Gastgeber. Und die Aussichten oder die Prognose ist so vorsichtig optimistisch. Hans Einbacher, ist das so? Auch von unserer Bundesministerin Elisabeth Köstinger, die ja auch im Europäischen Parlament war und dort mit dem Herbert Dorfmann und mit der Frau Mortler viel für einen ähnlichen Raum getan hat. Auch einen herzlichen Dank an die Frau Mortler und den Herrn Dorfmann. Es freut uns sehr, dass Sie sich auf europäischer Ebene auch Gedanken über den Agrartourismus machen. Das ist super für unsere Urlaubsform. Vielen Dank. Ja, Urlaub am Bauernhof und Corona in Österreich. Wovon reden wir? In Österreich haben wir ungefähr 9.900 Betriebe, die Urlaub am Bauernhof anbieten, mit ungefähr 114.000 Gästebetten. Das ist alles. Im Verband haben wir ungefähr 2200 Betriebe, also grob ein Viertel. Die Krise hat uns hart getroffen. Die Wintersaison ist vor allem in den westlichen Bundesländern abgebrochen worden. In Tirol, Vorarlberg, Salzburg am 16. März. Und dann in ganz Österreich ab 4. April. Und dann war alles geschlossen bis heute. Also morgen ist der erste Tag, dass die Unterkünfte wieder aufgehen. Wir haben recht gute Zahlen von den Mitgliedern, nicht von allen Anbietern, aber von den Mitgliedern. Die haben im Winter 10 Vollbelegstage verloren durch die Krise. Jetzt aufgrund der Statistik gegenüber den Vorwintern. Das heißt, sie sind von ungefähr 50 auf 40 Belegstage im Winter gefallen. Wenn man das jetzt umrechnet, nur im Verband, die Nächtigungen und die Tagesausgaben der Gäste, dann ist nur im Winter, da reden wir jetzt nur von der Wintersaison und von diesen Bundesländern, sind Tagesausgaben in den ländlichen Regionen von ungefähr 20 Millionen Euro verloren gegangen. Und wenn man jetzt sieht, dass die Mitglieder etwa ein Viertel sind, dann reden wir von 80 Millionen Ausgaben in den ländlichen Regionen, die durch diesen Abbruch der Saison verloren gegangen sind. Wie hat man in Österreich versucht, den Betrieben zu helfen? Es gibt den sogenannten Härtefallfonds. Dort sind pro Betrieb pro Monat maximal 2.000 Euro Entschädigung möglich, je nach Umsatz und Schaden. Auch Zusatzeinkommen wird auch eingerechnet. Und das maximal für drei Monate. Also insgesamt 6.000 Euro Entschädigung sind möglich. Dabei wurden 500 oder 1.000 Euro sehr schnell in einer Phase 1 ausgezahlt. Das hat zwei, drei Tage gedauert. Und die Leute hatten das Geld. Das war super. Die Phase 2 ist nicht mehr ganz so lustig. Da dauert es jetzt zwei Monate und die Leute werden unruhig. Die Geschichte ist hochsensibel sozusagen. Wenn man mal kommuniziert hat, es geht sehr schnell, dann erwartet jeder auch schnell das Geld auf dem Konto und wird dann unruhig, wenn es nicht so ist. Das sind so Begleiterscheinungen. Wir haben auch gerade in den westlichen Bundesländern einige Betriebe so analysiert, was haben sie denn für einen Schaden? Wir haben da im Schnitt herausgefunden, es ist eine Größe von ungefähr 10.000 Euro. Das ist jetzt der Zeitraum, den wir mal angeschaut haben für drei Monate, März bis Mai, was es den Betrieb im Schnitt an Umsatz kostet. Wie geht es jetzt weiter? Derzeit großer Fokus auf die österreichischen Gäste. Da haben wir als Erste gewusst, die dürfen wieder reisen und dürfen auch in unsere Häuser kommen, eben ab morgen, ab 29. Mai. Da konzentrieren wir unser Marketing drauf, auch die Österreich-Werbung und die Bundesländer. Also da sehen wir großes Interesse. In den ersten zwei Wochen haben wir gleich 8.000 konkrete Anfragen gehabt. Also es funktioniert. Man muss aber sehr aufpassen und da gibt es auch echt eine gute Abstimmung zwischen Österreich-Werbung, Ländern und uns als kleiner Gruppe. Da muss man sehr aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig konkurrenziert. Jetzt wollen ja alle um die gleichen Gäste werben. Und ich darf Ihnen nur ein kleines Beispiel geben, was das bedeutet. Wir arbeiten ja auch mit Google AdWords und zahlen dort eine Größenordnung von 2 bis 3 Euro pro Kontakt, den wir bekommen und der uns sieht. Und meine Kollegin hat mir gesagt, letzte Woche für den Begriff Ferienwohnung und Österreich waren die Kosten für einen Kontakt 47 Euro. Also wir haben das selbstverständlich nicht mehr bezahlt. Aber Tatsache ist, alle Touristiker wollen das gut machen und werben mit großer Begeisterung. Aber wirklich verdienen tun damit große Konzerne, die praktisch von diesem Wettbewerb leben. Wir glauben auch, dass wir neue Gäste bekommen werden, die vielleicht jetzt nicht weiter wegfahren. Heuer im Sommer. Da sehen wir auch Chancen, gerade für unsere Betriebe, dass sie wieder Stammgäste gewinnen. Also durchaus auch positive Seiten, denen wir diesen Bauernhof und das Erlebnis dort näher bringen können. Es wurde schon gesagt, wir sind überzeugt, dass ein großer Teil von unseren Unterkünften, nennen wir es mal ein bisschen salopp, ansteckungssicher sind. Also Almhütten oder bei uns die Kellerstöcke im Osten von Österreich, diese Winzerunterkünfte, wo die Gäste alleine sind. Oder auch die Ferienwohnungen, da ist relativ wenig Kontakt. Da sind wir auch überzeugt, dass dort am Hof viel Platz ist, aber dass es relativ sicher ist. Wir sind auch sehr gefordert als Organisation. Also Hans Kinzel, da kann ich mich nur anschließen. Es war sehr viel Arbeit. Wir konnten auch die Arbeitsfähigkeit schaffen. Mit den Gästen haben wir über soziale Medien versucht, in der Intensivzeit Gästebindung zu machen. Also nicht so sehr Marketing, sondern ihnen Rezepte und Anleitungen für was auch immer zu schicken. Wir sehen auch, dass die Betriebe Rieseninteresse haben an jeder Form von Unterstützung. Wir haben ein Webinar gemacht, Sauberkeit und Hygiene in Zeiten von Corona. Da hatten wir über 500 Vermieterinnen und Vermieter. Also ein Viertel aller Mitglieder hat an diesem Webinar teilgenommen. Und die waren auch sehr froh. Wir sind da heute auf einem Mitgliedsbetrieb. Wir sehen, sie machen das ganz perfekt. Haben es gut gemacht. Kommunizieren sehr transparent. Perfekt. Hans Kinzel, was du auch angesprochen hast, als Organisation, war eine Schwierigkeit. Bei uns sitzen ja einige Mitarbeiter in den Landwirtschaftskammern. Dort war der Anspruch, Zeit abzubauen. Es ist ja Krise. Jetzt haben wir mal Überstunden abbauen und Urlaub abbauen. Und gleichzeitig war viel mehr Arbeit als vorher. Also da haben die Mitarbeiter schon gestöhnt und gesagt, wie wollen wir es jetzt sozusagen abbauen oder nicht. Was sind die Herausforderungen für die Gastgeber auf den Höfen? Natürlich zuerst einmal auf die eigene Gesundheit schauen. Auf die Gesundheit der Gäste, der eigenen Familie, klar. Auch viel kommunizieren mit den Gästen. Da versuchen wir sie, wie immer es geht, zu unterstützen. Wir sagen, es braucht viel Transparenz. Wir versuchen ihnen auch über unseren UAB-Shop Dinge zu bieten, wie Desinfektionsmittel oder Schutzmasken. Das können sie über uns kaufen. Also Betrieben versuchen wir zu helfen, sie nach Möglichkeit zu unterstützen. Auch den Gästen empfehlen wir unbedingt mit den Gastgebern zu kommunizieren. Ein großes Thema ist dort Storno. Da gibt es ganz unterschiedliche Erwartungen. Die Gäste sagen, es ist ja eine Krise. Es wird doch jeder verstehen, wenn ich am letzten Tag storniere und keine Stornogebühren zahlen möchte, weil es ist ja Corona, klar. Gleichzeitig leben die Familien von diesem Einkommen. Und es hat oft existenzielle Auswirkungen. Also hier gibt es einfach unterschiedliche Erwartungen. Und da haben wir ganz oft gesagt, bitte möglichst viel kommunizieren und abstimmen. Wie kann man es denn gescheit machen? Auch wir sehen, dass die Kommunikation wichtig ist. Heute Nachmittag freue ich mich schon, haben wir einen Erfahrungsaustausch mit den KollegInnen, in dem Fall aus Bayern, mit den Kollegen aus der Schweiz, mit Südtirol, Hans Kinzel mit dir, dass wir auch da trotz lustvollem Wettbewerb gut im Kontakt sind und unsere Dinge abstimmen. Ja, Herbert Dorfmann hat es schon erwähnt. Wir glauben auch, dass wir längerfristig gerade mit den kleinen Betrieben gute Chancen haben. Wir haben Platz, wir haben ein schönes Erlebnisangebot und haben viele Unterkunftsformen, die auch infektionssicher sind. Grundsätzlich glauben wir auf längere Sicht, dass sich bei den längerfristigen Trends im Reise- und Gästeverhalten der Klimawandel stärker auswirken wird als das Corona. Also wir glauben schon auch, dass diese kurzen Städtetrips, dass das keine nachhaltige Form ist, dieses mal schnell auf einen Kaffee irgendwo hinfliegen. Und da glauben wir einfach, dass wir mit Urlaub am Waren auch gute Chancen haben. Und ein Trend, den wir auch sehen, an den wir auch in Zukunft glauben, dass immer mehr Leute in die nähere Distanz auf den Urlaub fahren. Also wir sehen in Österreich, dass 15, 20 Prozent der Urlauber auf den Bauernhöfen aus dem eigenen Bundesland kommen. Also die fahren gar nicht weit, die fahren 40, 50 Kilometer und machen dort Urlaub. Derzeit haben sie nur den Nachteil, sobald das Wetter schlecht ist, stornieren sie. Also hat immer auch einen Unsicherheitsfaktor, weil sie fast der Wahnsinn sind. Ja, Wünsche an Europäisches Parlament, EU. Wunsch wäre, großer Wunsch wäre von uns, dass in der neuen GAP Voraussetzungen für Verbände geschaffen werden, dass dort Unterstützung gibt. Wir sehen, dass es sehr gute Marktchancen gibt, aber die kleinen Betriebe brauchen irgendeine Zusammenarbeit. Die brauchen einen Verband und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich dafür gezahlt werde, sondern es geht nur miteinander. Also wir sehen, diese 2000 Betriebe schaffen richtig viel miteinander. Alleine hätten sie keine Chance. Und sie sind auch zu klein, dass sie dort eine Bedeutung haben. Also wir sind auch vorsichtig optimistisch, wie es weitergeht. Aber die guten Effekte, die wir uns erwarten nach Corona, gehen nur mit aktiver Gestaltung. Und Hansi, Herr, du bist der fest beim Arbeiten, wir auch. Und da sind wir auch froh, wenn wir Unterstützung von der Politik bekommen. Ja, soviel fürs Erste aus Österreich. Vielen Dank. Und wir freuen uns auf eine Diskussion. Herzlichen Dank, Herr Embacher. Der Kollege Dorfmann hat sich leider schon verabschieden müssen. Ich gebe jetzt für Fragen frei. Also wenn aus den Zuschauern Fragen sind, bitte die einfach zu stellen. Ich steige vielleicht gleich mit einer ersten Frage ein. Ich habe da was gehört, Herr Embacher, von einem lustvollen Wettbewerb und von großen Konzernen, die irgendwie so das Geld abkrapschen. Jetzt gibt es einen roten Hahn in Südtirol. Es gibt einen blauen Gockel in Bayern. Ist eine drei Länder übergreifende Vermarktung möglicherweise eine Möglichkeit? Wer auch immer das beantworten will oder kann. Ja. Hans sagt ich zuerst, was passt das, oder? Ja, wir sind zwischen diesen Ländern, also nochmal Bayern, Südtirol, Schweiz und wir, in sehr freundschaftlichem Austausch. Wir sagen, was wir tun. Gemeinsames Marketing haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht reden wir heute Nachmittag drüber. Aber es ist auch klar, dass wir uns um die gleichen Gäste bemühen. Das habe ich auch gemeint mit lustvoller Wettbewerb. Also die drei sind uns die liebsten Konkurrenten. Auch wenn man das nicht so sagen darf natürlich heute. Nur wir sehen, insgesamt ist der Markt groß genug. Also in Deutschland sagen so viele Leute, es würde ihnen ein Bauernurlaub gefallen. Und von denen macht es dann effektiv nur ein kleiner Teil. Also da haben wir alle noch ausreichend Spielraum, dass alle gut funktionieren. Danke, vielleicht der Herr Kitzl. Hans, was sagst du jetzt? Ich denke, wir haben ja vor zwei Jahren den Weltkongress organisiert und auch aus einer bestimmten Absicht heraus. Ich denke, je hochwertiger Urlaub auf dem Bauernhof sich positioniert und je breiter wir uns aufstellen, je mehr wir zusammenarbeiten und je toller das Produkturlaub auf dem Bauernhof in ganz Europa angeboten wird und weltweit, umso stärker werden wir. Und das, denke ich, ist für mich entscheidend. Entscheidend ist immer das Produkt und das Produkt heißt einfach, wie schaut der Bauernhof aus? Wie bieten wir das Produkt den Gästen an? Wie kommt das Produkt bei den Gästen an? Und da investieren wir schon seit jeher den Großteil unserer Energie. Ich denke, es gibt viele Vermarktungsformen über Google oder über Booking.com und irgendwelche Plattformen. Aber letztendlich muss ja immer der Gast zufrieden sein mit dem Hof. Und das wäre für mich eben toll, wenn immer mehr hochwertige Betriebe in ganz Europa entstehen und dass wir dann einfach ein Produkt schaffen, wo immer mehr Leute sagen, ja, da will ich hin, da muss ich sein. Und da will ich mit meiner Familie hin und den Kindern zeigen, wie die Produkte erzeugt werden, woher die Milch kommt und woher die rote Beete kommt und so weiter. Also ich denke, das schaffen wir auch für die Gesellschaft einen großen Dienst, weil immer weniger Leute auch wissen, wo die Landwirtschaft und Produkte herkommen und dass sie auch dort wieder eintauchen können. Und das ist mir ein großes Anliegen. Und ich denke, wenn wir in diese Richtung gehen, dann glaube ich, können wir Großes schaffen in den nächsten 20 Jahren. Entschuldigung, Frau Schmidt, ich weiß nicht, ob man mich noch hört. Zum Thema Wettbewerb noch ein Satz. Sie merken schon, wir streiten uns nicht mit Tirol. Diesen Agrartourismus, ländlichen Tourismus gibt es ja in ganz Europa und den Europäischen Verband, Euroshit, mit dem Generalsekretär Klaus Ehrlich, der als Deutscher in Spanien sitzt und sich dort wärmt. In fast allen Ländern in Europa ist der Agrartourismus ein sogenannter Domestiktourismus. Also die meisten Gäste auf den Bauernäufen kommen aus dem eigenen Land. Das ist so in Deutschland, das ist so in Frankreich, in Spanien, in Italien. Also der Wettbewerb spielt sich auch viel im eigenen Land ab. Wir sind da ein bisschen Ausnahme. Bei uns sind 60 Prozent Ernächtigungen aus Deutschland und 30 aus Österreich, weil einfach für uns der deutschsprachige Raum sehr nahe ist und sehr vertraut ist. Aber sonst ist Agrartourismus in fast ganz Europa zum größten Teil Domestiktourismus. Frau Wolfram, wollen Sie etwas zu einer gemeinsamen Vermarktung noch sagen? Ja, vielen Dank. Also vorausgeschickt, ich bin keine Marketing-Expertin, möchte mich da auch eher bedeckt halten. Ich finde den Ansatz schon interessant. Ich glaube aber auch aus meinen Vorrednern oder aus den Einlassungen herausgehört zu haben, dass vielleicht momentan die Notwendigkeit nicht so gesehen wird. Ich sagte ja schon, was Deutschland betrifft, das scheint ein sehr starkes Segment zu sein, was möglicherweise aus dieser Krise, wenn jetzt nicht noch unvorhergesehene Dinge passieren, die dann auch relativ gestärkt gegenüber anderen Segmenten des Tourismus hervorgeht. Der Zulauf ist gut, hört es sich jetzt so an, als sei das auch in den Nachbarländern so. Wenn das anders wäre, könnte man da, glaube ich, verstärkt mal drüber nachdenken, dass man das einfach herausstellt, was für eine tolle Urlaubsform das ist. Also ich finde die Idee charmant, aber wie gesagt, es ist ja auch immer eine Frage, wer bezahlt so etwas? Also wenn die Europäische Union da möglicherweise so etwas finanzieren würde, so Marktanreizprogramme, Initiativen, warum nicht? Ja, herzlichen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen, aber jetzt ist sowieso eine Frage gestellt an die liebe Frau Mordler. Ist es vorstellbar, dass man Verbände irgendwie berücksichtigt und dass man vielleicht einen europäischen Top für so spezielle Themenbereiche schafft? Ich übergebe jetzt sehr gerne Ihnen zur Fragenbeantwortung und zum Schlusswort. Vielen Dank, Frau Schmidt. Also ich glaube, das war doch eine sehr, sehr mundere, eine sehr aufschlussreiche Diskussion und Ihre Frage nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich verspreche nichts, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir als Europäische Volkspartei ja ein Tourismuspapier nicht nur besprochen und diskutiert haben, sondern auch verabschiedet haben und inwieweit hier wir noch stärker Richtung Haushalt marschieren können, das nehme ich jetzt quasi als Hausaufgabe mit. Aber ich finde den Ansatz auch deshalb spannend, weil das wollte ich noch ergänzen. Die Landfrauen in Bayern, in Südtirol und in Österreich arbeiten schon seit, ich sage, Jahrzehnten zusammen, um sich auszutauschen, um voneinander zu lernen, um zu sehen und zu hören, was machen wir anderen längst besser, was können wir auch besser machen. Das ist auf informeller Ebene aber ein sehr, sehr fruchtbarer Austausch. Warum kann man da nicht mehr draus machen? Zweitens, wir haben jetzt gehört, der Markt wird kleiner werden in diesem Jahr. Der Markt wird sich auch verengen, verdichten. Wir kennen die Fragen um die sogenannten Sommerferienkorridoren. Je enger ein Ferienkorridor ist, umso problematischer ist es für die Anbieter, weil die sagen, gerade in diesem Zeitraum hätte ich fünfmal vermieten können. Warum erweitert ihr diesen Korridor nicht? Dann wird es sich das Ganze entspannen und lockern. Diese Frage wird sich nächstes Jahr mit Sicherheit wieder stellen. Aber wir sind jetzt einfach mal froh, dass wir da sind, wo wir sind. Dass wir große Lichtblicke haben, was die Zukunft betrifft. Dass wir sehen, wir haben zwar noch Einschränkungen, aber die Lockerungen sind so groß, dass wir jetzt wieder normal anbieten können, wenn wir Hygienekonzepte nicht nur praktizieren, sondern die möglichst auch behördlich absichern lassen. Das heißt, wenn wir Sicherheit in mehrfacher Hinsicht gewährleisten und schaffen. Dass in diesem Zusammenhang auch einheitliche Regelungen gewünscht werden und eingefordert werden, da verspreche ich nichts. Das wäre auch mein Wunsch, aber ich sehe, es scheitert hier und da am Föderalismus und an dem einen oder anderen politischen Kopf. Wichtig ist für uns heute auch festzuhalten, dass Ferienhöfe geradezu prädestiniert sind für sicheren Urlaub, weil sie viel mehr Platz haben und im Vergleich im Verhältnis weniger Gäste als andere Urlaubsangebote haben. Was mir noch mal ganz gut gefallen hat, sind die vielen Argumente pro Landurlaub, pro Agritourismus und vor allem auch, was bisher getan worden ist. Auch wir Politiker gehören zu denen, die nicht nur das Gefühl haben, es ist in der Praxis so, dass wir jetzt noch mehr gearbeitet haben als vorher, um unseren Beitrag zu leisten, dass der Laden möglichst schnell wieder läuft. Und da fand ich es bemerkenswert, dass wir aus Südtirol, aus Österreich einfach auch noch mal gehört haben, wir haben unsere Gastgeber regelmäßig informiert, wir haben mit ihnen kommuniziert, also intern Dienstleistungen betrieben, aber auch gleichzeitig dann Mustertexte, Newsletter verfasst, um extern an die Gäste quasi notwendige Informationen weiterzugeben. Also wirklich alle Vorbereitungen für einen guten Neustart gemacht hat. Und was ich auch noch bemerkenswert fand, war die Aussage von Hans Kienzel, dass man eine kostenlose Betriebsberatung auch ins nächste Jahr, so habe ich ihn verstanden, noch mal ziehen will. Die Aussage, ich glaube sie war von Elisabeth Köstinger, der Gast soll sich wohlfühlen, er soll auch mit Abstand, Herzlichkeit erleben, das muss möglich sein, das Ganze jetzt noch besser zu kombinieren, ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und ich glaube, dass gerade unsere Frauen, wenn es um Herzlichkeit geht, hier auch in Zukunft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen werden. Ein Punkt, Reisefreiheit, auch wenn es hier eher um Domestiktourismus geht, müssen wir deshalb auch betonen, weil diese Reisefreiheit wirklich ein europäisches Thema ist und das Recht, frei herumzufahren, auch in Zukunft in unseren politischen Aussagen in Europa umso mehr eine große Rolle spielen wird. Das heißt, es muss wieder selbstverständlich werden. Und ich glaube, auch hier sind wir mehrheitlich auf einem guten Weg. Abschließend, Lust auf Bewegung, Lust auf Land. Wir haben jetzt eine einmalige Chance im Zusammenhang mit Green Deal, im Zusammenhang mit Farm to Fork, Urlaub auf dem Bauernhof, Agritourismus als den nachhaltigen Tourismus schlechthin zu platzieren und in den Köpfen der Menschen, der Politik, aber auch der Urlauber zu verankern. Ich glaube, es gibt keine bessere Form, jetzt und in Zukunft nachhaltigen Urlaub zu machen. In diesem Sinn, an Sie ein herzliches Dankeschön, liebe Frau Schmidt. Falls jetzt doch noch Fragen reinkommen, wir sind gut in der Zeit, sind wir natürlich noch da, stehen wir zur Verfügung. Danke allen, die dabei waren. Ja, ich möchte dem Hans Embacher, den ich ja auch von der Grünen Woche her kenne, von anderen Gelegenheiten auch noch mal persönlich danken. Frau Wolfram, durch meine Berliner Tätigkeit im Bereich Tourismus, aber auch dem Hans Kinzel und dem Herbert Dorfmann in Abwesenheit gefühlt, kennen wir uns schon seit Jahrzehnten. Und das zeigt ja auch, dass diese persönliche Verbindung auch dazu beiträgt, dass es immer besser ist, miteinander zu reden, als übereinander zu reden, um unser wirkliches Herzensanliegen hier noch besser zu platzieren. Dankeschön. Frau Schmidt und Ihnen natürlich, die Sie die Fäden gezogen und geleitet haben. Und man hat auch gemerkt, es ist Ihr Thema. Es macht Ihnen auch viel Freude, dass Sie hier weiter aktiv mit dabei sind. Herzlichen Dank, Frau Mortler. Natürlich ist das so. Und ich glaube, Ihren Schlussworten ist nichts hinzuzufügen. Ich darf mich auch bei allen noch einmal ganz herzlich bedanken und wünsche den zwei Herren für den Nachmittag eine lustvolle Diskussion. Und ich hoffe, dass wir uns alle in anderem Rahmen vielleicht bald einmal wiedersehen. Es sind keine Fragen mehr hereingekommen, aber wir sind ja immer erreichbar durch Mail und andere Kanäle. Herzlichen Dank noch einmal für die Teilnahme und dass alle so selbsterklärend waren, dass zum Schluss jetzt keinerlei Fragen mehr offen geblieben sind. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.